Es fehlen wenige Tage bis zu meiner Reise, die mich in eure Mitte bringen wird nach Sarajevo. Dieser Gedanke erfüllt mich mit Freude und bis dahin möchte ich euch meine herzlichsten Grüße senden, euch allen, die in Bosnien-Herzegowina leben. Ich komme zu euch mit der Hilfe Gottes, um die Gläubigen und den katholischen Glaube sowie den ökumenischen und interreligiösen Dialog zu bestärken und vor allem um das friedliche Zusammenleben in eurem Land zu fördern. Ich bereite mich darauf vor, wie ein brüderlicher Friedensbote zu euch zu kommen, um allen, wirklich allen, meine Wertschätzung und Freundschaft auszudrücken. Ich möchte jedem Menschen, jeder Familie, jeder Gemeinde, Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und die Liebe Gottes verkünden. Ich möchte euch die